wir können auch einfach Wurfmesser in seiner Nähe benutzen das dürfte auch helfen genau und da habe ich jetzt nicht auf meine Lebenspunkte geachtet ja genau aber lieber wieder zum Estus Flakon wechseln und zustechen okay jetzt benutzt er seine Stands oh und er zündet sich doch an au gut dem wie man dem ausweicht habe ich mittlerweile gelernt dem nicht okay nächster Versuch oh jemand zum Rufen wieder der mal sehen ob wir ihn diesmal rufen können Phantom wird gerufen komm bitte bitte oh ja es hat geklappt dann ein gelobt sei die Sonne und dann mal legen wir mal los jetzt zu zweit dürften wir das nämlich schaffen ups und das hätte ich drin machen sollen egal der ist schon mal gut über ausweichen er sollte nur aufpassen dass er nicht stirbt und ich muss auch aufpassen dass ich nicht sterbe so er geht in die heiße Phase das war nicht so schön das ist das gute an dem anderen Spieler oh das sollte man blocken äh ja er macht halt er macht halt Schaden er kann ausweichen und sich heilen wow das hätte mich jetzt getötet hohohoho jetzt muss ich etwas zurück gehen nein ah jetzt hatte ich doch einen der mit mir kämpft und ich bin so blöd dazu okay einfach warten vielleicht lässt er noch mal ein Rufsymbol fallen einfach hier warten und vielleicht wechsle ich mal vom Hartsteierring auf mehr Schaden das wäre vielleicht auch noch so eine gute Idee wo ist er denn genau Ring der Klingen ja ein bisschen mehr Schaden so komm platzier bitte noch mal dein Rufsymbol danach kriegst du auch Malz wenn du es brauchst ja Dankeschön warten wir bis er kommt dann verbeugen wir uns einmal und entschuldige uns dann hoffentlich für unsere Inkompetenz okay er läuft schon mal vor triggert den da und macht Blitz auf sein Schwert das ist auch eine gute Idee auch gut ich vergesse immer was für einen Schwinger der hat wohohohoho so schnell zupiksen genau fang an zu glühen na das ist halt das Problem mit diesen Actionmomenten ah ja genau das kannst du ruhig machen ich halt mal etwas Abstand von dir ah das wird jetzt wieder knapp wenn da andere ihn jetzt nicht äh ablenkt oh da hätte ich lieber blocken sollen anstatt mich ja gut ich spiel jetzt gerade ziemlich schlecht merke ich gerade bohohoho oh das muss ich ablocken da ist er jetzt weg okay ich bin am Arsch ja warum auch immer ich hab diesmal verdammt schlecht gespielt ich hab mich viel zu oft treffen lassen musste mich viel zu oft heilen und hab viel zu wenig ausgeteilt okay hoffentlich lässt er sich nochmal beschwören und hat jetzt nicht keinen bock mehr das würde ich nämlich schade finden na komm komm bitte bitte entweder hat er jetzt kein bock mehr oder er hat keinen bock mehr oder jemand anderen hat ihn beschworen in der zwischenzeit ja und meine menschenbilder gehen langsamer runter wär ein oder josh because TWO likes uld 보� vors さ 說 Das ist jetzt nicht so schön. Dann versuchen wir es nochmal mit ihr. Ich habe ja jetzt den mehr Damage Ring aufgesetzt. Vielleicht hilft dir ja ein bisschen. Marquillium brauche ich definitiv nicht rufen. Das geht dann nur schief. So. Au. Das klappt schon mal ganz okay. Okay. Genau. Mach den. Jetzt prügelt bitte wieder auf sie ein. Jetzt geht sein Schwert aus. Jetzt wird das entfachen. Genau. Immer schön Abstand halten. Hohoho. Oh, das müssen wir blocken. Genau. Das war schlecht. Das müssen wir wieder blocken. Das war ganz okay. Wieder blocken. Okay. Das war ganz okay. So. Oh. So.